Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Beseitigen Sie Bauchfett und verlieren Sie leicht Gewicht mit diesem Gemsmoothie. Bauchfett ist wahrscheinlich zu einem Problem für viele Menschen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer geworden. Bauchfett ist häufig bei postpartalen Frauen Büroangestellte, die weniger mobil sind, vorhanden. So gibt es diejenigen, die nicht übergewichtig sind, aber immer noch Bauchfett haben. Sie fühlen sich nicht nur schlechter. Bauchfett erhöht auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Bluthochdruck. Sind Sie besorgt über dieses Problem und sind auf der Suche nach Möglichkeiten, Bauchfett zu verlieren? Keine Sorge. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Smoothie aus natürlichen Inhaltsstoffen machen, um Bauchfett sehr einfach und effektiv zu verlieren. Mit nur einem Versuch werden Sie von dieser Formel von der Farbe bis zum Geschmack und den essentiellen Nährstoffen in diesem Smoothie vollständig erobert. Zuerst brauchen wir eine Karotte. Unsere Karotten werden geschält und geschreddert. Karotten enthalten etwa 88% Wasser. Eine mittlere Karotte hat nur etwa 25 Kalorien. Daher wird das Hinzufügen von Karotten zu Ihrer Ernährung Ihnen helfen, sich voll zu fühlen, ohne eine Menge Kalorien zu verbrauchen. Die Faser in Karotten ist wirksam bei der Unterdrückung von Heißhunger. Hilft Ihnen länger voll zu bleiben? Mit dem kompletten Karottenmenü können Sie in einer Woche extrem schnell abnehmen. Die nächste Zutat, die wir brauchen, ist ein süßer roter Apfel. Den Apfel in kleine Stücke schneiden, sollte mit der Schale belassen werden, um die Nährstoffe in der Apfelschale zu erhalten. Äpfel sind reich an Ballaststoffen und Wasser, sodass sie Ihnen helfen können, sich voll zu fühlen, ihren Appetit zu reduzieren und somit Gewicht zu verlieren. Eine Studie ergab, dass Menschen, die vor einer Mahlzeit ein paar Scheiben Apfel essen, durchschnittlich 200 Kalorien weniger hatten, als diejenigen, die es nicht taten. Darüber hinaus können einige natürliche Verbindungen in roten Äpfeln auch den Gewichtsverlust fördern. Die dritte Zutat für dieses Rezept ist eine Orange. Wir schälen die Orangen, dann schneiden wir die Orangen in kleine Stücke. Darüber hinaus müssen wir auch einen kleinen Zweig Sellerie hinzufügen. Sellerie schneiden wir in kleine Stücke. Orangen und Sellerie sind beide reich an Ballaststoffen und enthalten sehr wenig Kalorien, die uns nicht an Gewicht gewinnen lassen sollten. Daher sind die Top-Wahl in Gewichtsverlust-Diäten. Regelmäßige Verwendung von Sellerie in Kombination mit vernünftiger Übung wird Ihnen helfen, Gewicht schnell zu verlieren. Darüber hinaus sind Orangen reich an Vitaminen, vor allem Vitamin C. Helfen Ihnen nicht nur energetisiert zu bleiben, sondern auch gut für Ihre Haut. Hilft, Haarausfall und Graushalt zu verhindern. Jetzt legen wir alle oben genannten Zutaten zusammen mit 200ml kaltem Wasser in den Mixer. Sie sollten es für einen besseren Smoothie pürieren. Mit nur wenigen einfachen Schritten haben wir einen großen Smoothie für die Gewichtsabnahme. Für die besten Ergebnisse nehmen Sie es etwa 30 Minuten vor den Mahlzeiten. Sie sollten diesen Smoothie in Kombination mit einer vernünftigen Ernährung verwenden. Stärke und kalorienreiche Lebensmittel begrenzen, viel grünes Gemüse essen und regelmäßig Sport treiben. Hartnäckiger Sport stellt sicher, dass Sie eine schlanke Taille haben. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, hinterlassen Sie Ihre Kommentare und wir werden schnell antworten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Ihren gewünschten Körperbau. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Vielen Dank. Vielen Dank.